Hallo, ich zeige euch jetzt die Übung Ganze Drehung für unser Bewegungs-ABC. Und zwar geht es hier darum, einen Sprung zu machen und im Sprung machen wir eine ganze Drehung und landen wieder, dass wir gerade ausschauen. Für den Anfang erstmal wichtig, wir drehen uns, der Blick geht nach vorne, der Körper dreht sich weiter und erst wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann kommt der Kopf hinterher, dreht den Blick nach vorne und der Körper kommt nach. Okay, das gleiche machen wir im Sprung. Und für den Sprung müsst ihr eure Arme, das heißt wir holen den Sprung, springen hoch, wir drehen uns, Blick bleibt vorne, Kopf hinterher und der Rest folgt. Okay, ich zeige euch mal wie das aussehen kann. Und zack. Und dann nochmal. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gesehen, dass ich meine Arme sogar kreuz genommen habe, das hilft beim Drehen. Müsst ihr aber nicht machen. Viel Spaß dabei. Was bedient das enggan, würde ich unsere Tagesänze! Du herumsch immer noch ein bisschen besser ist! Je Gör cherry! Untertitelung des ZDF, 2020